Hallo und herzlich willkommen aus dem wunderschönen Wels. Ich berichte heute in eigene Sache. Es gibt viele Jobs. Es gibt auch viele Traumjobs. Einen davon habe ich heute zu bieten. Wir suchen einen Medienprofi vor der Kamera und einen Medienprofi im Backoffice-Bereich. Du fühlst dich sattelfest am Mikrofon, führst gerne Interviews, kennst dich mit Office-Programmen aus, bist kommunikativ, gerne unter Leuten, du präsentierst dich und andere gerne. Dann melde dich bei uns. Dein Traumjob wartet.